Stop Streaming. Gut. Okay! Faktor Streaming! Achso, ich mach mal kurz mein Textprogramm hier. Mein Chatprogramm noch auf, damit ich sehe, wenn da irgendwas passiert. Ein Haku ist doppelt belegt? Ah! Okay, ja. Das macht Sinn. Musstest du die Farbe ändern, oder was? Nee, nee, ich musste... Also es gibt zwei Computer oben bei dem ersten. Und es muss sich halt... Ja, genau. Okay, Team 1 gegen Team 2. Okay! Go, go, go! Aaaaah! Ready to rumble! Das ist immer super, wie schnell das geht. Im Laden hier. Naja, ist halt... Ne? Also ich finde, die haben echt viel richtig gemacht in diesem Spiel. Ja. Allein halt... Ja, da sind wir ja. Sehr schön. Ich habe einen Hammer erzeugt. Jaaaa... Du hast einen Hammer erzeugt. Das ist ja voll der Hammer. Und er hat eine Sense erzeugt. 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 Ich habe den Hammer erzeugt. Und er hat meinen Schleifer. Dafür will er den Hammer erzeugen. Ich habe den Hammer erzeugt. Und er hat den Hammer da noch沒有. Nein, der Hammer! Weitere! hergestellt. Wie hab ich eigentlich von diesen Sachen? Ja, stimmt. Mein Ping ist okay. Was sagt dein Ping? Oh, kein... Also, sehe ich gerade nicht. Dein Ping ist 32. Besser als meiner. Gut. Keine Rohstoffe gefunden. Holzfäller. Das ist eine der besten... Besten Nachrichten, die wir kriegen können. Ja, das stimmt. Äh, pfff. Wintergebäude besetzt. Äh, Baracke... Auslagern. Kohle gefunden. Da hab ich schon geguckt. Eisen, Erz gefunden. Das hab ich gerade schon gesehen. Spitze... Ah, da, jetzt hab ich irgendwas kapett gemacht. Hat Nudelholz hergestellt. Warum erstellt er eigentlich so viele Nudelhölzer? Weil du es gerade als Anzugs gemacht hast? Nee. Eigentlich nicht. Aber keine Nudelhölzer mehr machen. Schon... Drei Nudel... Zwei Nudelhölzer. Okay, gut. Das geht noch. Aber trotzdem brauch ich mehr von diesen... Da hab ich mal ein paar Hämmer gebrauchen. Mach mal Hämmer. Voll Hammer. Wo bist du eigentlich mal ein Startlager aus? Ach, da hinten. Da, wo die vielen aus... komplett ausgebauten Wege sind. Und jetzt... Leg, Leg. Leggidi-Leg. Okay, also da oben ist Kohle. Ja, das Leggert wirklich ein bisschen. Granit, Granit, Granit. Granit. Kohle? Ich habe Rischofu gefunden, Holzfäleute. Yes! Abreißen, ja! Ach, wir sind hier schon... Grenz an Grenze. Dieses... Dieses... Wasser... Dieser Wasserfleck hier zwischen uns ist auch die Mitte. Also da sieht man die Mitte sogar ein bisschen besser. Deine Bracke? Oh, da... Schon hart an der Grenze. Welche... Achso, da oben. Ja, das stimmt. Nah dran. Den brauche ich da auch nicht weiter. So, Hanana... Baracke gerichtet, sehr schön. Kohle gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich da zur Mitte komme, weil da in der Baracke wirklich... verdammt nah an der Mitte ist. Ja, das könnte sein. Aber... Ach, ist auch egal, ne? Ich meine... Ja. Die Steine brauche ich nur. Die Steine. Ja, da kommt es ja noch massiv... Ach nee, das ist ja gar nicht die Map, wo wir zu wenig Steine haben. Das war ja in der Mission. Das war ja in der Mission, die ich gestern gespielt habe. Stimmt, ja. Meine Realitäten sind gerade so ein bisschen... Warum... Ah, ich habe schon wieder einen Brunnen anstatt eine Fischhörte gebaut. Stimmt, ich könnte hier unten mal eine Fischhörte bauen. Ich hoffe, du baust nicht wieder eine Baracke, sodass... die dann kaputt geht. Also nicht wieder. Ist ja noch nicht passiert, aber... Oben hast du eine Baracke. Ziemlich weit rechts geworden. Nee, da setzt sich auch keine mehr hin. Ja, diese Bäume da können auch stehen bleiben. Nee, wir haben so genug Platz. Ja. So, nach unten ausbreiten. Zeit. Zeit, sich nach unten auszubreiten. Jupp. Ach so, meine Expedition ist ja fertig. Die hatte ich ja letztes Mal angefangen. Ah, da könnte ich auch mal was machen. Das stimmt. Und... ...druckst. Und... ...bitte... ...wärft. Wärft da. Okay. eine rohstoffe gefunden goldberg nicht schön wenn wir haben mal spitz habe ich fünf sensen 0 spitzhacken also sehr gut dass ich weiter spitzhacken gemacht holzweller ist fertig hier ok ich muss mich auch jetzt mal hier gerade wieder ein bisschen einspielen weil ich komme jetzt auch gerade gar nicht klar den ganzen sachen die ich machen könnte vor zwei tagen hätte ich da weniger probleme hier ist alles voller kohle sitzt ja schon kohle noch einer kohle so granit da oben habe ich noch keinen kann ich mal weg machen steinbruch ist fertig ok der gebäude besetzt nach stufe kein soldaten drinnen schätze mal du wirst mich nicht angreifen aber selbst wenn ich wollte könnte ich ja nicht das ja im alten version geht das tatsächlich ja da kannst du krieg führen einfach gegen leute die verbündet sind die sind dann auch nicht mehr mit der verbündet danach macht sinn ich habe mal so eine eigene map gemacht wo ich und ein computer spiele beide also ich habe da immer so maps gemacht wo ich einen krassen start habe aber halt drei gegner oder so ne die dann okay ja gar kein gold haben und bei der erst beim ersten versuch hatte ich halt auch einen ally der zum krassen start hat und der war echt also ich habe mich nur mit baracken in seine richtung verbreitet quasi und er hat dann irgendwie mit mit wachstuben und wachtürmen meine baracken zerstört einfach dadurch dass er immer näher herangekommen ist ich weiß nicht wie das klappt hat aber es ja da habe ich gedacht fick dich ich greife dich jetzt an und dann hat er mich zerstört dumm gelaufen würde ich sagen bei dem bei dem spiel ist alles falsch gelaufen so granit bergwerkwerk hergestellt 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 wachstube 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 steinbruch und endlich weg kann ich noch weg machen kann ich hier ein paar bauernhöfe setzen was hilft platz für bauernhöfe alter wir haben so viel platz ja manchmal ganz weit weg genau und man muss nur den scheiß weit vorher weg machen äh mühle bäcker ei ah werft schon errichtet nice dann produktschiff hübschenlager 69 irgendwie wo baue ich denn noch mal einen brunnen hin will ich hier noch einen brunnen hin bauen baue ich mal einen brunnen hin baue überall einen brunnen hin überall ich habe einfach zu viele brunnen wie man kann nur nicht von wasser nur überleben äh man kann nicht nur von dem wasser überleben wasser und liebe heißt es doch immer ne äh genau so ähnlich oh ah ok ist der gegner bei dir? ne ne äh also da wo das goldbergwerk äh leer war habe ich noch ein zweites daneben gebaut aber das ist auch leer das heißt da scheint die gesamte Ader weg zu sein genau die haben glaube ich so einen bereich an dem die abbauen ne und deswegen ist irgendwie das erste Bergwerk braucht immer sehr lange bis es leer wird und wenn du dann halt weißt dass daneben auch gold war oder so dann hat der nur irgendwie so einen kleinen bereich in dem er das abbaut das ist bei meinem single player spiel auch übelst krass passiert weil ein ding in einem Berg ist irgendwie leer geworden und dann habe ich das nächste angeschlossen und es war sofort fast sofort leer und so weiter das ist echt krass ja ja also ich glaube der hat eben grad überhaupt nichts raus geholt also das ist halt auch dieser kleine Berg ja naja kann das sowas sein ich hab da ein Loch in meinem Gebiet muss ich jetzt ne Baracken bauen Arnstau an vorne wow wow what the fuck ist denn da los das ist okay das ist da wo ich äh das ähm ach den Brunnen hingebaut hatte da sind jetzt an jeder Fahne stehen irgendwie drei vier Wasserbottiche ja ja kann passieren ja it happens warum habe ich hier drei Kohlebergwerke? weiß es nicht ist einfach passiert achso weil mein Kohlebergwerk da hinten glaube ich leer geworden ist und oder? oh Gebiet verloren achso von dir okay I'm okay with that angreifen sofort angreifen